Ein Ford Car mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kleinwagen hat drei Türen und bietet vier Sitzplätze. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Klimaanlage, ESP, Servolenkung und vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 8.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Infos. So. 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 So.